Ihr wollt die DVs eurer Pokémon nachschauen und wisst nicht genau wie? Dann seid ihr hier genau richtig. Und zwar könnt ihr das Ganze machen, wenn ihr die Pokémon Liga besiegt habt. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr hier mit irgendeiner Pokémon Center Dame reden. Es ist komplett egal wer. Und nachdem ihr euch geheilt habt, beziehungsweise auch so, wird sie die Funktion freischalten, dass ihr die DVs einsehen könnt. Dann kommt kurz eine Textbox. Oh ja, du kannst jetzt die Sachen dir anschauen. Ich habe es bereits freigeschaltet. Deswegen kommt sie jetzt bei mir nicht. Und dann geht ihr jetzt hier einfach in die Po-Unboxen rein. Und drückt einfach Plus für Daten, wenn ihr es noch nicht angezeigt bekommen habt. Und da habt ihr dann einmal zum Beispiel das hier. Und vor allem jetzt etwas weiteres. Spezialangriff, nicht übel, Spezialverteilung, nicht übel. All diese Wörter. So, was genau bedeutet das? Nicht übel bedeutet, dass die DVs zwischen 1 und 15 sind. Gut bedeutet, dass die DVs zwischen 16 und 25 sind. Sehr gut zwischen 26 und 29. Fantastisch ist hier nicht dabei. Aber dafür hier, das ist der Spezialangriff, der ist genau 30. Und wir haben sogar hier auf diesem Cremanzo einen sensationellen Wert. Das sind 31 DVs, den wollt ihr haben. Und was ihr nicht haben wollt, ist schlecht. Das sind genau 0 DVs in der Spezialverteidigung. Außer manchmal in der Initiative für Bizarro-Raum. Daher müsst ihr 5 bis 6 Werte auf sensationell bekommen, um damit kompetitiv zu spielen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr nach weiteren Guides sucht, hilft euch vielleicht das hier weiter.